Hallo zusammen, mich ist wieder Heuchela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Gold-Tagebuch. Und ja, ich weiß, die letzte Folge ist ein bisschen her. Normalerweise mache ich das Ganze ja in einem Rhythmus von allen zwei Wochen. Jetzt sind es schon drei Wochen und ein, zwei Tage drüber. Liegt an mehreren Faktoren. Unter anderem ist mir der Pre-Patch ein bisschen in die Gequere gekommen. Ich habe ja immer eine kleine Gold-Liste und dementsprechend brauche ich da ein paar Add-ons, um das auszuwerten. Pre-Patch hat da natürlich sein Übriges getan. Unter anderem war zum Beispiel TSM ein bisschen betroffen. Dann hatte ich vor allem auch mit Alkoholik-Probleme, dementsprechend die Gold-Werte dann auszulesen. Und ja, jetzt haben wir uns ein bisschen verspätet. Dennoch wollen wir jetzt einmal reingucken. Sonderlich viel hat sich, denke ich mal, jetzt nicht geändert. Die große Geschichte mit den Items, die man upgraden kann, ist ja leider in die Hose gegangen. Und zwar rede ich von diesen Items hier Relikt der Vergangenheit. Da hatten wir ja die große, große, große Hoffnung, dass wir einen Haufen Kohle mitmachen können. Ich habe damit jetzt rein gar nichts gemacht. Das liegt einfach daran, weil das größte Upgrade, was wir erstellen können, Items-Stufe oder Gegenstand Stufe 54, entspricht. Und unsere 400-Item-Level-Sachen, also die vorher 400-Item-Level waren, einfach 72 sind. Heißt, es ist wesentlich drunter. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann es vielleicht trotzdem benutzen, um zum Beispiel die Brust-Slots Schultern oder Kopf herzustellen. Weil ich mir dachte, okay, die Teile kann man ja aktuell in BFA nicht bauen, weil es Azarit-Sachen sind. Ich nehme das an den Slots zumindest. Dann habe ich da zwei Sekunden drüber nachgedacht, habe in die Erbstücke reingeguckt und habe gesehen, dass die Erbstücke Item-Level 58 sind und das hier 54. Und dann dachte ich mir, es wird sich niemand den Kopf im Aha kaufen, wenn sogar das Erbstück höher ist. Und ich habe, ich fahre mir auch Transmog zum Beispiel in Legion, selbst in Legion-Raid, also in der letzten Expansion, droppen Items, die sind Item-Stufe 50 und die Warforgen relativ oft, die sind auch Item-Stufe 60. Also selbst in Legion könnte man sich dann bessere Sachen in einem Raid holen, wo sechs Items teilweise droppen bei einem Boss, die man solo easy umhauen kann. Also deswegen ist für mich das komplett gestorben. Es kann sein, dass der eine oder andere vielleicht das trotzdem gemacht hat, da Gold mitgescheffelt hat. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe es komplett sein lassen. Das war so ein bisschen meine große Hoffnung, dass man da vielleicht was machen kann. Diese ganzen Vendor-Gold-Shuffle hat ja Blizzard damit zerstört, dass sie die Materialien eingeführt haben, wo man im Endeffekt relativ viel Gold zahlt, um das Upgrade-Teil herzustellen. Dementsprechend ist das ja schon mal rausgefallen. Und jetzt war dann nur noch die Option, quasi Gold drüber zu erwirtschaften, indem man quasi die Sachen direkt im Auktionshaus verkauft, für Leute, die halt ihre Twings ein bisschen upgraden wollen. Das ist leider jetzt aber mit der Item-Level-Absenkung auch in die Hose gegangen. Gut, soweit zum Grundstand. Wir schauen mal in die Tabelle rein. Letzte Woche, oder was heißt vor drei Wochen, waren wir bei 11 Millionen Gold. Und es hat sich verteilt, dass wir 3,2 Millionen auf dem Main-Account hatten und 8,1 Millionen auf dem Second-Account. So, die letzten Wochen habe ich ja immer hier eingetragen, was ich so ausgegeben habe für Transmog-Sachen, also für externe Geschichten. Das waren ja teilweise auch dann mal ein bisschen mehr Gold. Auch hier unter anderem mal für Mounds oder andere Geschichten, die dann mal knappe 20 Millionen oder so gekostet haben. Das habe ich diesmal nicht getan, obwohl ich groß rausgaben hatte. Liegt einfach daran, ich habe diese externen Beträge rausgerechnet, um quasi zu wissen, okay, wofür habe ich, dass ich quasi genau wusste, okay, wie viel Gold habe ich investiert für Sachen, die ich wieder gecraftet habe und sie dann verkauft habe. Weil ich will ja den Gewinn hier rausrechnen und nicht den Umsatz. Heißt, wenn ich jetzt vorher eine halbe Million Gold an Mats investiere und dann aus dem Postkasten 600k raus habe, dann habe ich ja nicht 600k Gewinn, sondern nur 100k, weil ich ja vorher 500k investiert habe. Wenn ich aber vorher, sagen wir mal, 200k in Transmog reingehauen habe und 300k in Dingen in Mats investiert habe, 600k raushol, dann muss ich das Transmog-Zeug abziehen, weil das sind ja externe Posten, die haben nichts mit meinem Gold machen, quasi am Hut. Genau, deswegen habe ich es nochmal rausgehend. Diesmal habe ich es nicht gemacht, einfach aus dem Grund, ich habe relativ viel Transmog-Sachen gekauft, das müssten etwa 1, also zwischen 1,5 und 2 Millionen sein, ich weiß es tatsächlich jetzt nicht ganz genau, ist aber irrelevant, weil ich keinen einzigen müden Dollar, hätte ich jetzt fast gesagt, keinen einzigen müden Goldstück ausgegeben habe, um mehr Gold zu machen. Dann heißt es, ich habe nichts Neues gecraftet und zwar über die letzten 3, 4 Wochen schon. Ich glaube, etwa einen Monat habe ich keine Expulsion mehr geschaffen und nichts Neues gecraftet. Warum habe ich hier nichts mehr investiert? Es ist prinzipiell eher dumm, das so zu machen, hat aber den Hintergrund gehabt, da ich davon ausgegangen bin, und so war es auf dem PTR noch, dass man halt mit diesen Malen, ich vergesse jedes Mal wieder, wie sie heißen hier, müssen wir kurz nachschauen, also Relikt der Vergangenheit, genau, so rum heißt es, dass man mit dem dann das große Gold machen kann, beziehungsweise, dass dann die Expulsion-Items drastisch im Wert verlieren werden, einfach weil man eine günstige Alternative hat. Das ist jetzt nicht eingetreten, Blizzard hat ja kurz vor dem Pre-Patch das Item-Level runtergescaled und damit ist die Sache halt gelaufen gewesen. Jetzt habe ich kein Expulsion mehr gestaffelt und ich bin jetzt auch so ein bisschen überlegen, ob ich es nochmal machen soll oder ob ich es nicht mehr machen soll. Das ist jetzt so ein bisschen, so ein bisschen, ja, die Überlegung tatsächlich. Heißt, ich habe jetzt die letzten 3 Wochen nur Items abverkauft, also die Restbestände, die ich hatte, habe ich noch rausverkauft, ich glaube, ich habe auf keinem Charme mehr Expulsion. Auch auf dem Main, wenn wir hier reingucken, ich habe ein Expulsum hier noch und so wird es auf dem 2. Account auch ausgucken. Warte mal, ich kann mal kurz, mal bei dem, der hat gar keinen Expulsum, der Char hier, aber ich habe auf, glaube ich, keinem Charme mehr mehr als 2 Expulsum. Meistens braucht man dann 3 für ein Item herzustellen. Genau, heißt, wir werden jetzt gucken, was habe ich an Gold gemacht? Einfach nur über die Verkäufe und ein bisschen, ich glaube, ich habe ein, so kleine Sachen geboostet, aber ich poste auch im Moment nicht großartig wegen Boosting, weil der Markt auch so ein bisschen gesättigt ist, beziehungsweise die Preise sehr, sehr niedrig sind. Das ist am Ende von der Expansion und es geht da nicht mehr so viel. Genau, wir gucken mal rein. Ich habe jetzt einfach vom 2. Account, also ich habe jetzt hier das übernommen, den Betrag, und hier beim 2. Account einfach geguckt, wie viel Gold ich noch über habe und das waren bei dem hier 6.483.000 und vorher hatten wir 8,1, also 1,6 Millionen sind wir da runtergegangen tatsächlich, sogar ein bisschen mehr, 1,7, sowas um den Dreh rum. Das liegt auch hauptsächlich an Sachen. Ich habe mir zum Beispiel einen Wappenrock für fast 900.000 gekauft, einen T3-Teil für 400.000 und dann auch sehr, sehr viel kleinem Zeug. Also ich bin jeden Tag im Auktionshaus und kaufe mir halt x Transmog-Teile, aber dann halt für 100, 200, 300 Gold. Aber das sind dann halt Hunderte und das summiert sich tatsächlich auch auf. Also genaue Werte kann ich nicht nehmen, aber da ich, wie gesagt, nichts investiert habe, um mehr Gold zu machen, also nicht Mats gekauft oder Expulsum geschaffelt habe, ist das, diese Ausgaben sind halt alles eigentlich Transmog-Sachen. Beim Main-Account sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich tatsächlich Plus gemacht. Ich weiß gar nicht so sicher, wo ich da eigentlich das Plus gemacht habe, weil wie gesagt, viel geboostet habe ich nicht. Wir sind bei 3,5, 3,5 90 Millionen, heißt, ja, wir waren vorher bei 3,2, ein bisschen Plus habe ich gemacht, aber auf dem habe ich mir auch ein paar Transmog-Sachen gekauft, deswegen bin ich gerade echt so ein bisschen überlegen. Eigentlich hätte ich da fast eher ein bisschen Minus machen müssen, aber gut, okay. So ist es, ist sehr gut, dass wir ein Plus haben. Davon geben wir jetzt aus und dann gucken wir einfach, was wir am Schluss rausziehen, würde ich sagen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen von dem einen Kollegen da weg, der sein Moped da am Laufen hat. Warte mal, den stellen wir jetzt hier mal einmal rüber und dann gucken wir mal beim Main rein, wie viel wir jetzt insgesamt rausgezogen haben. Und zwar, wie gesagt, ich hatte hier über die letzten zwei, drei Wochen jetzt die Sachen abverkauft und ja, ich habe auch, glaube ich, fast nichts mehr im Auktionshaus. Wir können mal einmal reinschauen. Es ist jetzt, ah, okay, wir haben gar nichts mehr im Auktionshaus. Stimmt, ich wollte ja hier noch rein posten. Ihr seht, das sind die Sachen, die ich noch habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Items haben wir jetzt. Tutti Kompletti noch, die können wir jetzt auch noch schnell reinstellen. Was mich halt ein bisschen dazu bewegt, nochmal zu schaffeln, ihr seht, die Preise sind doch relativ hoch, zumindest für die paar Sachen, die ich noch über habe. Sonst habe ich ja mit Main teilweise 50 bis über 100 Items immer im Auktionshaus gehabt, jetzt halt fast nichts mehr. Dementsprechend, obwohl das so ein langer Zeitraum ist von drei Wochen, dürften es nicht die großen Beträge sein, einfach weil ich am Schluss jetzt fast keine Items mehr drin habe. Gut, wir gucken mal hier durch, was so die durchschnittlichen Beträge sind. 3.000, 6.000, 1.000 haben wir hier, wenn wir jetzt ein bisschen weiter hochgehen, haben wir jetzt eigentlich nichts mehr so für 1K verkauft. Also es scheint relativ, doch 1, haben wir hier 1,8, aber ich würde es im Schnitt eher so 2 bis 3K sagen, wenn ich sogar einen Ticken höre. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus, das sind schon fast wieder die Preise, die ich zu meiner Höchstzeit hatte. Das Problem ist, wenn ich jetzt nochmal ordentlich ins Shufflen gehe und ins Herstellen, man weiß halt nicht, wann Shadowlands kommt und man kann jetzt vielleicht dann einige Items noch hochverkaufen, aber würde dann wahrscheinlich auch beim Addon oft viel sitzen bleiben. Da müsste man halt jetzt etwa wissen, wann das Addon tatsächlich rauskommt. Wir nehmen jetzt mal die knappen 300K hier einmal aus dem Postkasten und können wir mal durchgucken, ob wir noch irgendwas... Hier haben wir einmal eine Plattenschulter für tatsächlich 12.000 verkauft. Okay, sehr interessant. Ansonsten aber jetzt hier auch nochmal für 11K, haben wir auch nochmal Kettengamaschen 11.000, kann man sich auf jeden Fall mit sehen lassen. Also ich bin halt echt ein bisschen zwiegespalten. Es könnte sich tatsächlich lohnen, da einfach herzugehen und zu sagen, komm, ich stelle nochmal von jedem 2-3 her, musste ich halt nochmal mit vielen Shars Expulsum schaffeln, um noch ein bisschen Gold mitzunehmen. Jetzt nehmen wir mal an, dass Addon kommt, so wie ich denke, Ende November, Anfang Dezember, dann hätten wir noch knapp einen Monat, dann würde es sich noch lohnen. Wenn es jetzt aber Mitte November kommt, dann ist es halt schon ein relativ großes Risiko, jetzt nochmal in den Markt einzusteigen. Gut, okay, dann hatten wir auf dem Main alles raus, dann gucken wir mal auf den Twink. Und zwar, der ist jetzt hier nicht so betroffen, das ist nämlich mein Char, wo ich hier die ganzen, ja, anfallenden Crap quasi verkaufe auf Antonidas. Und da haben wir 149 Maze und im ersten Charges sind so ein... Uh, da haben wir irgendwas für 28... Ah, wir haben zwei von diesen Essenzen für 28k verkauft, sehr schön. Ähm, da sind alleine schon mal 153k drin, also da haben wir relativ viel verkauft. Liegt aber auch ein bisschen dran, ich habe mit einem anderen Twink, wollte ich ein bisschen so Hufabzeilen haben, und dann habe ich ein bisschen, ähm, diese Seefahrer-Dublonen aufgebraucht mit dem Main. Und da kam dann auch sehr, sehr viel Transmark drauf, und das ist halt auch vieles, was jetzt hier der Char von profitiert, weil ich das mit dem verkaufe. Zum Beispiel diese Handschuhe sind, glaube ich, aus, ähm, einer von den Kisten von den Seefahrer-Dublonen. Und da kann man tatsächlich ein bisschen Gold machen, wenn man die, äh, die richtigen nimmt. Ich habe gesehen, da wo dieses Druid-Stuff-Zeug drin ist, da kriegt man auf jeden Fall, äh, Transmog-Sachen raus, die viel wert sein können. Aber da ist halt auch immer wieder die Geschichte, man muss es verkaufen. Ihr habt gesehen hier, die einen Handschuhe immer verkauft, eins, wo Schuhe von dem Set, das sieht ganz cool aus. Und, ähm, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Gold drüber gemacht. Hm, was haben wir denn hier? Da habe ich irgendwas für 120, 22k verkauft. Wie hießen die? Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, das geht jetzt hier doch ein bisschen schnell durch. Ähm, wo haben wir sie denn? Finden wir sie jetzt nochmal? Tja, das waren irgendwelche Stiefel, habe ich verkauft, ne? Für 122.000, was eher selten ist. Ich vermute, dass es auch aus der Kiste ist. Finden wir jetzt leider nicht mehr. Doch, hier. Ah, ja. Ne, ein geplünderter, versteineter Baum. Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, was das ist. Aber wir haben es für 122.000 verkauft. 300.000 Gold haben wir rausgezogen. Das ist einiges. Ich denke aber, das war gut geboostet, dadurch, dass wir halt die Sefa-Dublonen, dass wir da viele, ähm, für aufgebraucht haben. Und dementsprechend das Transmog als Abfallprodukt gekriegt haben. Ich wollte primär eigentlich diese Ruf-Tokens haben, ne? Wisst ihr, wenn man diese Sefa-Dublonen, ähm, investiert in die Säcke, können in den Säcken Ruf-Tokens drin sein. Und ich brauchte auf einem Twink Ruf bei der 7. Legion, ähm, dass ich ein paar Quests weitermachen konnte, bei der, da gab es so eine, oder es gibt so eine, so eine War-Campaign. Und ich hab so Bradcrum-Quests bei dieser War-Campaign gebraucht, ne? Und dann hab, dann hab ich jetzt alle möglichen Sachen schon gemacht. Ich hab die Warfront gemacht. Ich hab Insel-Cap gemacht. Ich hab alle möglichen, äh, World-Quests mit den Twinks erledigt. Einfach nur, um Ruf zu kriegen. Und, ähm, dann kamen hier die Leute im Stream auf die Idee, komm, du hast doch so einen Haufen Sefa-Dublonen. Ich hatte, glaub ich, irgendwie 24.000, 25.000 Sefa-Dublonen, äh, dass ich die Säcke kauf. Und in den Säcken sind halt Tokens drin, ne? Bloß, äh, naja, ich sag mal so, sonderlich viel, viel Tokens hab ich leider nicht gekriegt, aber ewig viel Transmog, ja? Ne? Und das hab ich auf den Twink geschickt. Das hat der wieder einiges in Gold rausgezogen. Ich glaub, 300k hab ich mit dem noch nie bekommen. So, dann haben wir jetzt hier meinen Schneider und, äh, VZ-Char. Da hab ich auch alles abverkauft. Wir können mal gucken, was der noch hat. 80k sind das auch. Und hier, schau mal, wir verkaufen den Umhang, ne? 4k pro Umhang. Die Leute kaufen echt diese, diese Umhänge, weil sie halt einfach zu faul sind. Und das ist auch das immer, was ich sag. Die Leute sind so faul, um den Legendary-Umhang die Quest reinzumachen. Ich muss sagen, mittlerweile kann ich's verstehen. Ich hab mit ein paar Twinks das gemacht, mit meinen Rogues, weil ich da unter anderem in den LFR rein musste, um Transmog zu farmen. Und, ähm, ja, man ist schon, man ist schon so 2 Stunden unterwegs, wenn man's von A bis Z durchzieht. Und ihr seht, auch hier mit dem Char hab ich kaum mehr was im Auktionshaus. Und auch, ähm, hier haben wir kein, äh, Expulsum mehr. Also, da sieht's sehr, sehr mau aus. Wobei, hier wird was angezeigt. Aber das ist, das Add-on speichert das immer, immer ab, was ich quasi das letzte Mal, ähm, wenn ich reingeguckt hatte. Ah, doch, ich hab's sogar, hoi, ich hab's sogar echt noch Expulsum mit dem Char. Okay, mit dem könnte man tatsächlich noch was craften. Aber jetzt sehen wir hier die Übersicht. Das ist auch der einzige, der noch rohe Mengen hat. Die anderen Chars, die haben alle nur noch, äh, 10 oder drunter, beziehungsweise der Tela, das ist ja der Char, mit dem ich gar keine Berufe hab. Der hat halt irgendwie so ein bisschen Expulsum, weil ich irgendwann mal anscheinend ein paar Giersachen, äh, klein gemacht hab. Okay, gut, dann switchen wir mal weiter. Aber immerhin 80k, bei manch anderen Chars, äh, zum Beispiel bei meinem Hexenmeister, ne, den hier, mit dem hab ich gar nichts mehr. Ich glaub, oder ein einziges Teil hab ich noch, was ich, äh, ins Auktionshaus setzen kann. So, wir können jetzt schon mal eintragen, was wir hier mit dem Main-Account gemacht haben. Das switche ich mal kurz so rüber. Es waren 3.885.000, ähm, zumindest hier haben wir einen ganz okayen Plusbetrag gemacht, 600k, äh, 300k, ähm, knapp durch, ähm, die Verkäufe, ne, und weitere 300k, weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich vor drei Wochen geboostet hab. Ich bin ehrlich überlegen, hab ich nochmal, es könnte sein, dass ich nochmal eine Vision geboostet hab. Ich glaub nochmal irgendwie PvP irgendwas, aber, ähm, ich, es, es gäbe schon noch Sachen, die ich im Moment boosten könnte, aber ich hab grad nicht die große Motivation, tatsächlich groß Gold zu machen, muss ich, muss ich euch ehrlich sagen. Ich bin viel am, am selber farmen für mich und im Moment hab ich keine Goldengpässe, beziehungsweise, äh, Gold kann man immer brauchen, aber im Moment gibt's nichts, was ich so sag, ich brauch's unbedingt jetzt viel Gold. Um immer was zu kaufen, wie es jetzt damals bei den TCG-Mounts war, da hatte ich ja teilweise die Motivation, ich brauch hier 20 Millionen, ich brauch da 15 Millionen Gold für das Mount. Und das hab ich grad nicht, ich hab zwar jetzt viele Sachen im Black Market, die sehr teuer sind, die auch, ja, die Wappenrücke habt ihr ja gesehen, für den einen hab ich auch fast eine Million gezahlt, ähm, die schon auch teuer sind, aber die sind halt auch so selten drin, dass ich, äh, dass ich da bequem Zeit hab, ja, und mit einigen Chars hab ich ja, mit dem hab ich ja auch noch hier 3,8 Millionen, da ist so ein Wappenrock tatsächlich noch drin, ja, sogar 2 oder 3, aber, ja, mal gucken, auf manch anderen Server bräuchte ich ein bisschen mehr, vor allem auf Blackmore, da ist nämlich noch eine Schulter im Auktionshaus, die ich gerne hätte, und, ja, da muss ich mal gucken, auf wie viel Gold wir da heute kommen, was wir da aus dem Postkasten rausziehen. So, jetzt haben wir hier den Hunter, der hat auch nochmal knappe 100k drin, was ja ganz ordentlich ist, und ihr seht hier, die Preise, die sind nach oben angestiegen, weil wahrscheinlich auch viele andere, ähm, sorry, ich kann ein bisschen Frosch im Hals, ähm, weil, denke ich mal, auch viele andere Leute aufgehört haben, die Items in Massen herzustellen, vielleicht auch versucht haben, das Zeug ein bisschen loszuwerden, und dementsprechend, ja, sind die Sachen nicht mehr bei 1k, sondern jetzt schon bei 2,5, vielleicht geht es noch ein bisschen hoch, mal schauen. Eventuell, ähm, jetzt muss ich mal schauen, wie es auf den anderen Servern ist, eventuell überlege ich es mir echt, ob ich nochmal so für einen Monat in das Business reingehe und sage, okay, ich versuche jetzt noch ein bisschen was mitzunehmen, ich, ich versuche halt immer nicht in die Lage zu kommen, dass ich am Ende, äh, vom Addon noch ewig viel Zeug überhabe, und es dann eigentlich, äh, nicht mehr verkauft kriege, ne, weil wenn, wenn das Addon rum ist, für Transmog wirst du das Zeug lang nicht los, das, äh, bin ich mir durchaus bewusst, und wer kauft dann noch Items von Stufe 50, wenn das halt einfach nur ein Levelpunkt ist, ne, das wird vielleicht noch weggehen, die Sachen, aber halt für einen minimalen Preis, weil dann halt alle ihr Zeug loswerden wollen, und dann wirst du halt leider nicht mehr sonderlich viel erzielen. Gut, eingetragen haben wir es, wie gesagt, hier haben wir, äh, ziehe ich das nochmal rüber, knappe 600k, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch einnehmen, und, ähm, ich muss mal gucken, wie es jetzt auf den anderen Servern aussieht, sind wir da auch ähnlich, dass wir wesentlich, wesentliche Preissteigerungen haben, oder sieht es da halt genauso aus wie vorher, dass wir die Sachen für 1,2k verkaufen. So, das ist jetzt mein Hexer, ähm, und der hat jetzt auch 84k drin, da haben wir jetzt nicht die, die großen Sprünge, muss ich sehen, hier sind die Compendien teilweise auch für wenig rausgegangen, aber das ist auch schon ein paar Tage her, ne, das ist schon eineinhalb Wochen tatsächlich her, und seitdem habe ich hier eigentlich nicht mehr sonderlich viel drin, da wäre es fast interessant, mal hier so ein bisschen noch die Preise zu gucken, ob sich da was getan hat, wie sind denn die Gewinnspannen, zum Beispiel bei den hochgeborenen Compendien, naja, also klar, man macht Gewinn, aber das sind, hier auf Antonida ist jetzt da tatsächlich nicht die, die großen Sprünge. Ich kann euch mal zeigen, was ich noch im Auktionshaus habe, eine einzige Schildhand, die hält sich wacker, mehr habe ich tatsächlich mit dem Char nicht mehr im Auktionshaus, ne, also das ist, ist wirklich das Einzige, was wir noch drin haben. Hm, so, dann gehen wir mal rüber nach Blackmore, und, ähm, ja, da habe ich das Problem, dass die Schiftung der irgendwas Zeitalter auf jeden Fall eine Schild hat, ich muss immer nachgucken, wie sie genau heißt, ihr wisst ja, ich habe es mit den, äh, Namen nicht so, äh, hier machen wir mal Appearance rein, dann können wir es uns angucken, die Testmodus, sondern hier Zonenbeute, das ist ja eins von den Sachen, die ich mir noch kaufen wollte, okay, anscheinend muss er so ein bisschen die Sachen jetzt noch abfragen, ich sage es euch, das Add-on hier, Schiftung der verlorenen Zeitalter, so, genau, ich wusste ja, ähm, das ist da drin, und zwar, ähm, für, glaube ich, 1,5 Millionen, das ist eins der letzten Items, die ich jetzt noch brauche, über Gold, und das möchte ich mir ganz gerne kaufen auf Blackmore, das Problem, was ich habe, ähm, ich bin hier ganz gerne in Blackmarket unterwegs, und heute habe ich mir auch wieder ein Item gekauft, und dementsprechend, ähm, ja, bin ich hier tatsächlich ein bisschen klamm mit Gold, ich glaube auch den, ich hatte mir auf Blackmore sowohl, äh, einen Wappenrock gekauft für 850, irgendwie sowas, 850.000, als jetzt nochmal ein dritt, äh, T3-Teil für 900.000 Gold, und da geht das Gold halt schon ordentlich raus, ne, und jetzt bin ich da ein bisschen zu klamm, ich kann es euch mal zeigen, ähm, 1,5 Millionen müssen die Schultern drin sein, ich hatte bis vorhin noch eine Million, dann hätte es vielleicht gereicht, wenn ich jetzt nochmal ordentlich was rausgezogen habe, dann war das T3-Teil drin, das war ein bisschen zu verlockend, Moment, hier wollten wir gucken, und, ja, da, das Problem ist, ähm, das ist, glaube ich, komplett EU-weit, 2- oder 3-mal nur insgesamt im Auktionshaus, ne, und deswegen, ja, muss ich halt schauen, ob ich es mir vielleicht dann doch hier irgendwie kaufen kann. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier mit dem Char drin haben, der ist jetzt VZ und Inji, dann nehmen wir jetzt mal alles raus, an der Stelle, das ist nochmal 200k, kann man machen, ist nicht so schlecht, ähm, ärgern würde es mich jetzt tatsächlich, wenn ich ohne die 420.000, die ich heute ausgegeben habe, auf die 1,5 Millionen kommen würde, dann hätte ich mir nämlich lieber, äh, lieber tatsächlich, äh, die Schultern gekauft als T3-Teil, aber, ja, ja, schauen wir mal, ob ich mich nahtärgern kann. Ähm, knappe 200k waren das ja jetzt schon mal. Jetzt gucken wir mal, was wir auf den anderen Chars haben, ob wir da auf den Betrag gekommen wären. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den hier irgendwo abstellen kann, dass ich instant ausloggen kann. Äh, sieht schon wieder schlecht aus. Komm, den porten wir einmal hoch, dann kann ich wenigstens instant ausloggen. Das ist hier in der Hordenstadt ein bisschen ätzend. Ich hoffe ja so ein bisschen in Shadowlands, ne, dass sich's dann, äh, ein wenig anders gestaltet, und ich mich an die Plätze stellen kann mit instant ausloggen. Hier unten ist es ja auch, selbst wenn ich shufflen will, das Hordler, ne, ähm, kannst du ja auch nicht instant ausloggen. Das ist bei der Allianz ein bisschen entspannter. In, in dem Teil von Baralos, wo du eigentlich die ganzen Händler und die ganzen Geschichten hast, die du brauchen kannst, kannst du halt überall instant ausloggen. Und das ist schon sehr, sehr angenehm. Also hier beim Scrabber oder so, also das misse ich mit, mit meinen Hordenchars auf jeden Fall nicht. Ja, genau. So, dolla, jetzt switchen wir weiter. Und zwar, ähm, hab ich jetzt noch einen Inschriftenkunde-Char. Und, ja, mal gucken, ob wir mit dem ein bisschen was eingenommen haben. Ich glaube aber, mit dem haben wir auch nicht mehr sonderlich viele Items, ne. Ähm, ich glaube, ich hab da auch noch so 10, 15 Items im Auktionshaus, die jetzt so langsam versuch, ähm, rauszuhauen, rauszuverkaufen. Was am meisten aber wehtut, ist aber bei den Schmiedekunst- und Leder-Chars, da fehlt halt einiges, ne, an Items. Habt ihr ja gesehen, beim Main, das waren, was waren das jetzt, 8, 9 Items, die ich noch hatte. Und da hab ich ja eigentlich immer das meiste Gold gemacht. So, was haben wir hier verkauft? Ähm, 27 Items, 59.000 Gold haben wir gemacht. Ein Ding haben wir sogar hier, eine Schildhand, haben wir sogar für 12.000 Gold verkauft. Das ist, mich wundert das immer, ne, dass die Leute dann teilweise das Zehnfache zahlen, äh, einfach nur dafür, dass sie bestimmte Stats haben. Und bei so einem Teil warst du ja eigentlich relativ schnell wieder austauscht. Was ja ziemlich Low-Gear eigentlich ist. Gut, jetzt gucken wir auch hier, was wir noch drin haben. Seht ihr? Das sind alle Items, die ich im Auktionshaus hab. Das war's dann. Und Expulsum hab ich hier auch nichts mehr. Hier wurden noch 100 Expulsum angezeigt, aber ich dachte eigentlich, jetzt muss ich mal gucken. Naja, hier hab ich wirklich nichts mehr, okay. Das ist nur das, was das Add-on noch abspeichert. Gut, das eine waren jetzt 200k, das sind jetzt etwa 60k, dann sind wir bei 260 hier auf dem Server. Jetzt würde mich mal interessieren, was wir bei dem noch haben. Gucken wir mal. Wenn wir da auch nochmal so 250 hätten, hypothetisch, dann wär's cleverer gewesen, das Tilt-3-Teil heute nicht zu kaufen. Aber, ja gut. Gut, ich hätte sagen können, ihr hätt's vorher gucken können, ja. Bloß, wenn du dann halt beim Black-Market-Typen bist, da geht's dann halt dann teilweise um Minuten, Sekunden, ne. Kaufst du's, kaufst du's nicht, dann hab ich nicht mehr nochmal Zeit, alles durchzugucken. Es war heute eher ein Zufall, dass ich früher von der Arbeit heim bin, weil wir heute Feueralarm hatten und man heim musste, weil die da irgendwas repariert haben. Also, ich weiß gar nicht, ob es wirklich gebrannt haben, aber auf jeden Fall haben die Laden zugemacht. Sonst wäre ich wahrscheinlich wieder viel zu spät heimgekommen und dann wären die Auktionen wieder ausgelaufen. So, dolla. Jetzt gucken wir mal, Stunde der Wahrheit, was hier noch drin ist. Ja gut, 150k ist, es hätte halt eh nicht gereicht, ne. Was haben wir denn hier? Jemand hat 33.000 für eine Scheiß Stangenwaffe ausgegeben, ne, die wahrscheinlich in der Herstellung 1.000 Gold oder nicht mal gekostet hat. Aber auch die Tendenzen gehen hier eher hoch. 8.000, 4.000. Ja gut. Muss ich gleich mal gucken. Mit dem hab ich auch noch genau ein Expulsum. Der einzige, der auf Blackmon noch Expulsum hat, ist mal ein 4Z-Schar. 4Z und Inji. Aber da kriegst du die Sachen eher langsam weg. Mit dem hab ich mal relativ viel geschuffelt, weil das damals mein Main-Schar war. Und, ja, es zieht sich leider ein bisschen, dass wir das wegkriegen. Also ich hätte eh nicht die 1,5 Millionen zusammengekriegt. Wär knapp drunter gewesen. Gut, also, egal. Jetzt gucken wir mal, dass wir mit dem noch irgendwie eine halbe Million kriegen. Dann kann ich mir das Teil vielleicht kaufen. Oder ich krieg den Typen mal runtergehandelt. Ich hab's ja die letzten Wochen schon ein bisschen versucht, den mal anzuschreiben. Aber ich glaub, das ist halt von irgendjemandem Bank-Char, mit dem man nur Sachen reinhaut. Und ich kenn das ein bisschen von mir selber. Wenn ich dann einen Brief kriegen würde von irgendwem, ich würd's auch übersehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich hab's jetzt mal probiert, den Brief zu schreiben, ob er mich in BattleTech adden will, ein bisschen verhandeln. So was, bei so teuren Items, kann man ja vielleicht immer ein bisschen hinherhandeln. Ich hätte den gern auf 500k runtergehandelt, weil, also 1,5 Millionen für einen Transmokal, ist halt schon viel. Also schon richtig viel. Aber, naja, bis jetzt hat sich niemand gemeldet. Ich bin immer schon so am hoffen, dass da einer kommt, der mich addet und sagt, hey, komm, hier, halbe Million, Deal, er hat sein Gold, ich hab mein Item. Aber, ja, mich adden dann immer nur andere Leute, die meinen so, hier, ja, ich würd dich ganz gerne auf der Friendlist haben. Da denk ich mir, ja, ist ja nett, aber ich hätt lieber den Typen, der mir das Item verkaufen kann, geaddet. So, und jetzt gucken wir hier auf Blackmore mal nochmal. Und zwar haben wir meinen Schneider und VZ-Shar. Und auch hier scheint es jetzt, also wir haben doch in letzter Zeit einige Items für ein bisschen mehr verkauft. Vor allem hier so 7.000, 5.000, 8.000, 6.000. Zwar klar auch ein paar kleinere Beträge dabei, aber so tendenziell scheint der Markt ein bisschen besser aufgestellt zu sein, als jetzt vor zwei Monaten oder so, wo ich wirklich fast alles nur noch für 1, 1,5, 2K vielleicht, 3K in der Spitze verkauft habe. Also, ich denk mal, es sind schon weniger Leute im Markt. Und dementsprechend steigen die Preise ein bisschen. Jetzt muss ich auch mal mit dem hier gucken, was wir jetzt insgesamt noch haben. Also, das ist alles, was wir noch im Auktionshaus haben, was echt ein Armutszeugnis ist. Die Sachen können wir auch gleich noch reinschmeißen. Die sind jetzt zurückgekommen. Das war es jetzt tatsächlich. Hier. Und auf Equin habe ich tatsächlich noch relativ viel Gold. Da ist aber auch blöderweise nie was im Black Market. Es ist aber relativ viel im Auktionshaus von Transmog-Sachen, die rausgepatcht worden sind. Aber da geht es teilweise, sie kosten die Sachen 2, 3 Millionen. Wo ich halt dann auch sage, okay, ich habe zwar 2,5 Millionen, aber wenn ich dann eine Million, 2 Millionen, 3 Millionen für einen Teil zahlen soll, das ist mir dann auch zu viel. Also, irgendwo muss man dann auch so ein bisschen seine Grenze ziehen. Also, was war das Teuerste, was ich mir jetzt gekauft habe? Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, der Wappenrock, Black Market, 850k. Das war, glaube ich, das Teuerste. Und ich habe letztens schon da, ich glaube, da war an einem Tag mal sowohl auf Lothar als auch auf, wo war das? Auf Ereta war das, glaube ich. Da war ein Wappenrock, beides für eine Million drin. Da habe ich mir überlegt, puh, soll ich da drauf bieten? Puh, das ist natürlich schon tough. So, dann haben wir jetzt mein Schmiede und Lederatschar. Hier haben wir 84 Items verkauft. Hier einen Anstieg, eher weniger. Gut, hier, es geht hinten rauf schon ein bisschen höher, aber die Masse sind trotzdem 1, 2k, hätte ich jetzt gesagt. Vor allem am Anfang, ne? Gut, es ist jetzt doch fast ein Monat, ne, der Zeitraum, den ich jetzt hier abdecke. Also sind es ehrlich gesagt nicht viele Verkäufe, aber ich schätze auch, dass wir mit dem nicht mehr sonderlich viele Items im Auktionshaus haben. Und ja, ich bin echt hin- und hergerissen, ne? Ich möchte halt ungern dann mit Shadowlands und den ganzen Scheiß haben. Weil ihr müsst halt rechnen, es ist halt schon ein... Also wenn ich jetzt nochmal einsteigen müsste, ne? Oder nochmal einsteigen würde und jedes Item fünfmal herstelle, auf allen Servern, ich glaube, ich kann minimum eine Million Gold investieren. Und das ist jetzt nicht mal übertrieben, weil ihr müsst die Expulsum-Kosten rechnen bei so vielen Charts mit so vielen Items. Das ist halt schon teuer, ne? Und wenn du dann drauf hocken bleibst, dann ist es halt ein großes Minus. Da bin ich am überlegen. Jetzt müsste ich mal gucken, zum einen jetzt, was ich noch drin habe. Okay, das ist jetzt... Das, okay, das ist noch drin. Das sind jetzt nicht viele Items. Und vor allem, wie sieht es mit dem Stoff aus? Okay, es ist viel Stoff drin, ne? 200k hat hier eine in der Bank. Also, die Stoffe sind relativ günstig. Also, da kannst du jetzt nicht motzen. Viel macht halt tatsächlich das Expulsum aus, weil die meisten anderen Matze sehr günstig geworden sind. Vor allem, ich habe das letzte Mal das ja schon gesagt, dass die Kräuterpreise so eingebrochen sind. Also, teilweise haben die Kräuter nur noch ein Zehntel gekostet, was sie vor einem Monat, zwei Monaten gekostet haben. Also, das ist richtig eingebrochen. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, warum das der Fall ist. Ich schätze einfach, dass jetzt nochmal alle ihre Multiboxer, ich will jetzt nicht Bots sagen, ich will jetzt keinen Grund mehr stellen, aber sicher die Multiboxer, dass die nochmal richtig losgelegt haben, jetzt alles noch raushauen, was sie vielleicht auf Lager haben. Weil klar, wenn ein neues Add-on rauskommt, brauchst du halt die alten Matze eher weniger. Gut, dann haben wir jetzt den letzten Schar auf Equin, Inji und Inschriftenkunde haben wir nochmal 131.000. Also, so overall haben wir schon ein bisschen Gold gemacht, ne? Aber, ähm, ja, ich bin mich ein bisschen am ärgern, dass ich jetzt die letzten Wochen nicht nochmal alle Items für, äh, im großen Maße drin hatte, ne? Ich hab ja jetzt, wie gesagt, nur noch immer ein paar Items pro Ding drin gehabt, nur noch die Restbestände. Da hab ich mir ein bisschen am ärgern, da ist mir jetzt viel Gold durch die Lappen gegangen, aber wenn's halt so gekommen wär, so wie's ausgesehen hat, ne? Dass halt, ähm, die Expulsum-Items dann im Preis sinken werden, wenn's halt dann die Konkurrenzprodukte gibt, hat man, also ich hab's jetzt nicht absehen können, dass Blizzard dann ein paar Tage vorm, vorm Pre-Patch das Item-Level runterkürzt, ne? Ja, blöde Sache. Jetzt müsste man halt wissen, wann das Add-on rauskommt, ne? Da rückt ja Blizzard immer noch nicht raus. Ich hab jetzt heute noch eine News gesehen, dass anscheinend irgendwie auch noch in, bei dem Headquarter, bei Blizzard in der Nähe, anscheinend groß eine Feuerwalze drohten, die da schon teilweise die Stadtviertel evakuieren. Mal gucken, ob das auch noch eine Auswirkung hat, dass das vielleicht das Add-on nochmal verschoben wird. Das kann ja auch sein, ne? Wenn, wenn die Mitarbeiter dann da nicht arbeiten können. Ist schwer absehbar, ne? Auch so haben sie noch kein Release-Datum, ähm, bekannt gegeben. Ich bin ja langsam am schätzen, dass sie das Ding vielleicht gar nicht mehr dieses Jahr rausbringen, ne? Weil viele Leute gibt's ja, die da so ein bisschen am spekulieren sind. Um Weihnachten herum wollen sie es sicher nicht releasen, weil da sind nicht genug, ähm, Leute haben. Und ja, man kann sich natürlich dann nach hinten noch ziehen, ne? Gut, was haben wir jetzt hier? Wir haben Schneider und VZ. Oh, lol. Hier auch hier haben wir eine Hose, ne? Für 11.000 verkauft. Leute, gibt's. Und hier hab ich auch Kleinkrims, verkaufe ich mit dem unter anderem auch. Ihr seht irgendwelche Waffen-Vzs oder, äh, einfach irgendein Lederzeug, ähm, Herz des Feuers. Der hat auch alles mögliche, ein Crap-Zeug. Das muss auch so nach und nach raus. Aber das nimmt auch ab, ne? Also ich hab auf, auf jedem, ähm, auf jedem Server auch ein Schar, wo man halt so ein bisschen das Crap-Zeug noch ein bisschen los wird, was ich dann noch zusätzlich verkaufe. Und so nach und nach kriegt man dann die Taschen frei. Ein bisschen was ist es auch wert, ne? Man macht kein großes Gold, aber hier mal 4 Gold, da mal 2 Gold, kann man mitnehmen, ne? Gut. Dann, ihr seht auch auf Eredar hab ich tatsächlich, ähm, eigentlich ganz solide 1,6 Millionen, ne? Das geht. Da hab ich mir, glaub ich, auch schon einen Teil im Black Market gekauft. Da hatten wir auch ein bisschen mehr, so wie auf, ähm, auf Equin. Aber so langsam überholen Eredar und Equin, äh, Blackmore. Antonino ist noch nicht so ganz, weil ich da mit Mania und mit meinem Main-Account vertreten bin, aber so allmählich geht's voran. Und ich hatte ja eingangs gesagt, ähm, man hat ja auch so ein bisschen das Problem mit dem Black Market jetzt, dass blöderweise man nur noch mit dem Max-Level-Char im Black Market einkaufen kann und ich ja unter anderem mein Gold für Sachen aus dem Black Market ausgebe. und, ja, da hat man ja vorher schön traden können, ne? Heißt, man gibt, äh, gibt so Leute, die nehmen auf einem Server Gold mit ein bisschen Gebühr und geben dir halt auf dem anderen Server Gold, ne? Und dann konntest du halt schön da die Sachen kaufen mit einem, mit einem, ja, Twink-Char beziehungsweise halt mit so einer Klassenprobe. Und das geht halt jetzt seit dem Pre-Patch nicht mehr. Heißt, man ist jetzt tatsächlich auf seine Server angewiesen, ne? Also, auf den Servern, wo ich Max-Level-Charts habe, nur da kann ich mir was kaufen. Und deswegen muss ich halt so ein bisschen gucken, dass ich auf, nicht nur auf Antoninos Gold habe, sondern auf den anderen Servern, dass ich so ein bisschen breiter aufgestellt bin. So, hier sieht es doch sehr, sehr gut aus. 300.000 haben wir aus 79 Items gezogen und das sind ja, hier schaut, schaut euch das an, 4.000, 5.000, 4.000, 9.000, 8.000, da haben wir ja vor allem hier oben wahrscheinlich einen Schnitt von eher 4.000 bis 5.000, ne? Mit den, mit den Ausschlägen, teilweise 10.000, 11.000, also, das ist ja sehr, sehr gut. Okay, das können wir mal rausnehmen. Boah, hätte ich da jetzt immer alle Sachen drin gehabt, hätte ich richtig abcashen können die letzten Wochen. Ich denke halt, dass sehr viele Leute genauso gehandelt haben, wie ich, die jetzt da in dem Gold-Business mit den, mit diesen 400 da oder jetzt halt, weiß ich gar nicht, 72 war es, glaube ich, Item, was es jetzt hat, Items drin waren, die sich dann auch dachten, ah, okay, auf dem PTR sehen wir, es kommen diese neuen Items raus, die sind viel günstiger, jetzt stelle ich nichts Neues her und mache dann das Zeug, ne? Mir hat sich das jetzt gerecht. Aber ich wollte jetzt, bis ich quasi das Video mache, nichts Neues herstellen, einfach nur, dass ich so die rohen Daten habe, was ich durchs Abverkaufen noch habe und wenn ich jetzt, das muss ich mir nur überlegen, aber wenn ich solche Werte sehe, ist eigentlich die Entscheidung, ehrlich gesagt, schon fast im Kopf von mir gefallen, dass ich noch mal, dass ich noch mal zumindest für einen Monat reingehe und versuche noch mitzunehmen, was mitzunehmen ist. Ich hatte jetzt eigentlich die Überlegung, ähm, keinen Teil mehr zu machen, ähm, von meiner kleinen Gold-Tagebuchreihe, aber ich denke mal, einer wird sicher noch kommen, kurz vorm, vorm Add-on-Release, da werden wir noch mal gucken, dass wir jetzt alles investieren und dann noch mal schauen, was wir rausziehen und ich hoffe, dass am Ende dann nicht allzu viel überbleibt. Also ich, ich, ich bin überlegen, wenn ich jetzt von jedem Item zwei oder drei herstelle, dann müsste ich eigentlich auf der sicheren Seite sein. Also ich glaube, ich werde nicht mehr auf fünf, sechs, sieben, acht Items gehen pro Ding, da ist das Risiko zu hoch, aber so zwei bis drei, ich denke mal, das müssten wir auch abverkauft bekommen, beziehungsweise wenn ich da nicht alles wegkriege, dann haben wir nicht so große Verluste. So, was haben wir jetzt hier noch mal, äh, schlappe 42k und dann wird mich jetzt interessieren, was wir overall, ähm, rausziehen, was haben wir denn hier, ist da die, die Tasche noch dabei, oder? Ne, okay, egal. So, was haben wir jetzt overall? Holy moly, 8,4, 8, 4, 1, 6, haben wir richtig viel rausgezogen, das waren zwei Millionen, die wir jetzt rausgezogen haben, ne, aus dem Briefkasten, und, äh, ihr habt ja gesehen, was ich mit manchen Chars noch drin hab, auf dem einen schade ich ein Item noch drin, also ich hab fast, also, ich glaube, ich hab jetzt, wenn wir auf overall gehen, hab ich vielleicht noch 10, 15 Prozent von den Items drin, die ich normalerweise drin hab, wenn ich, wenn ich alles reinhau, ne, krass, wir haben jetzt, jetzt zieh ich das nochmal rüber, äh, ich war ja vorher bei, äh, äh, 800, äh, 8,1 Millionen, und dann sind wir runter auf 6,4, weil sich alles mögliche an Transport ausgeben, jetzt sind wir trotzdem bei 8, ähm, 4 rausgekommen, was echt krass ist, jetzt ziehen wir die Sachen mal runter, ah ne, das kann ich so nicht machen, warte mal, ich muss, das kann ich rauslöschen, dass es mir so macht, okay, dann haben wir tatsächlich, ähm, an Gewinn, 2,594 Millionen gemacht, das ist echt gut, gut, es waren jetzt 3 Wochen, ne, aber dafür, dass ich nur noch abverkauft hab, ist es echt gut, ich hätte, ich hätte mit wesentlich weniger gerechnet, muss ich sagen, war jetzt gar nicht schlecht, und ich bin mich am ärgern, ähm, wenn ich jetzt nochmal investiert hätte, und, also, vor 2 Wochen schon investiert hätte, und nochmal alles hergestellt hätte, ich hätte, ich hätte richtig abcashen können, glaube ich, ich hätte richtig, richtig abcashen können, das ärgert mich jetzt, jetzt muss ich mal gucken, wie greedy ich die nächsten Wochen noch bin, wie viel ich nochmal herstelle, und, ähm, ja, ich denke mal, man kann sicher nochmal ein bisschen was machen, jetzt haben wir auf dem Account bei 12,3 Millionen, heißt, wir haben sogar ein bisschen Plus gemacht zu dem, was wir davor hatten, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber okay, gut, ähm, ist jetzt dann doch relativ gut gelaufen, tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, okay, damit sind wir am Ende, schreibt mir gerne mal eure Gedanken in die Kommentare, habt ihr mit dem Pre-Patch vielleicht auch irgendeine neue Möglichkeit gefunden, groß an Gold zu kommen, teils gerne mit der Community, und, ähm, schreibt mir gerne auch rein, wenn ihr auch diese Items herstellt, ob ihr nochmal Exposum schaffelt, ob ihr nochmal in den Markt geht, das würde mich auf jeden Fall interessieren, und sonst sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder, euer Taylor, bis dann, äh, Ciao!